Liebellen sind einfach faszinierende Tiere. Schon vor 320 Millionen Jahren flogen die ersten Libellen auf der Erde herum. Sie haben die Dinosaurier kommen und gehen sehen und haben sich seit dieser Zeit kaum verändert. Sie sind nur ein wenig kleiner geworden. Libellen sind also sehr ursprünglich gebliebene Insekten und gehören zu den ältesten Tierarten auf der Erde. Die bunten Flieger sind mit Fluggeschwindigkeiten bis zu 50 km h die schnellsten Insekten der Welt. Libellen schimmern in den unterschiedlichsten Farben, aber wenn sie sich setzen, verschmelzen sie mit ihrer Umgebung und sind fast unsichtbar. Wir wollen euch heute zeigen, wie man aus Naturmaterial ganz einfach wunderschöne Libellen basteln kann, die genauso vielfältig und farbenfroh werden wie ihre Vorbilder in der Natur. Musik 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 Musik